Der Preisalarm des Tages. Und ich glaube, auch Ihnen wird es ganz viel Spaß machen. Ich glaube aber auch, Sie werden einfach die Augen Ihrer Kinder oder Enkelkinder zum Strahlen bringen. Denn das ist unser selbst fliegender Hubschrauberball mit LED-Beleuchtung. Also perfekt auch mal für die Abendstunden geeignet. Wenn Sie da vielleicht auch immer noch so ein bisschen die Kinderbeschäftigung natürlich suchen, ist das genau das Richtige auch mit für Sie. Sie dürfen natürlich hier einfach auch mal schnell sein. Und Sie sehen es ja auch, die sind richtig robust. Die kann auch mal ganz kurz mal abstürzen, überhaupt kein Problem. Einfach wieder anmachen bis zu neun Minuten Spielspaß. Beziehungsweise können Sie das sogar ein bisschen zum Lernen von Koordination natürlich nutzen. Und Sie sehen schon, es ist egal, ob Sie das mit den Füßen oder natürlich auch mit den Händen machen. Sie können Ihren ganzen Körper vollkommen flexibel bewegen. Und der Preis, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Denn wir sind hier bei einem Preis von 3,90 Euro pro Stück. Das bedeutet bis zu fünfmal, davon natürlich auch heute wieder hier in unseren Preisalarm des Tages zugreifen, LED-Beleuchtung ganz einfach zu bedienen. Sie sehen es, einmal aufgeladen, denn das ist per Akkubetrieb. Da sind keine Batterien oder irgendetwas anderes mit für Sie drin, sondern Sie haben hier natürlich diesen großen, großen Vorteil, dass Sie das natürlich super flexibel mit überall mit benutzen können. Und vielleicht suchen Sie ja auch noch so ein kleines Geschenk oder ein kleines Giveaway vielleicht mal für die Kinder oder Enkelkinder. Dann ist das genau das Richtige. Denn damit hier schenken Sie ja wirklich Spiel, Spaß und Freude. Kann man ja einfach mal wirklich nur so sagen. Und vielleicht ein Stückchen Schokolade, das schenken Sie noch obendrauf. Und dann hat man alles, womit man Künder glücklich macht. Das war für mich das Spielzeug des Jahres 2018 und auch für Sie wird es ein absolutes Highlight. Denn ich habe es so oft verschenkt und alle Kinder haben sich riesig gefreut. Und der positive Nebeneffekt war, das ist bei mir, so nenne ich das, der Luftballon-Effekt. Denn auch die Erwachsenen haben mitgespielt. Sobald der in der Luft ist, will jeder mitmachen. Und das ist eben schön. Und für mich noch von Vorteil, das muss ich noch erwähnen, ist, dass wir keine Batterien brauchen. Das Ganze ist Akku geladen. Und heute zu einem Preis, bei dem ich mir sicher bin, dass wir drauflegen. Ich weiß nicht, wie wir es machen. 3,90 Euro. Maximal fünf Stück pro Besteller dürfen wir zulassen. Aber nutzen Sie das aus. Wir schauen mal auf Pearl.de auf den schon günstigen Sonderpreis hier mit knapp 8 Euro. Aber 3,90 Euro weniger als die Hälfte. Das ist der Wahnsinn. Und schauen Sie, es ist ein Hauch von Magie, der hier in der Luft hängt. Ich komme mir so vor wie so ein kleiner Zauberlehrling. Guck mal, oh, magische Kugelschwebe. Macht richtig Spaß. Auch uns alten Eseln. Ja, so schnell kann es auf jeden Fall gehen. Seien Sie hier wirklich schnell. Preisalarm des Tages, ein exklusives Angebot. Nur für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Und ich sage es immer wieder, 3,90 Euro. Und jetzt schon wieder, die Nachfrage ist riesengroß. Ist ganz klar. Hier würde ich Ihnen auch wirklich den Tipp geben, greifen Sie bis zu fünfmal auf jeden Fall zu. Weil damit machen Sie einfach alles richtig. Weil dann haben Sie immer einen geladen. Sie haben eine Ladezeit von gerade mal 30 Minuten. Also in 30 Minuten sofort wieder einsatzbereit. Und wenn Sie dann mehrere haben, dann haben Sie immer einen zum Spielen und einen, der gleichzeitig lädt. Und dann können Sie das immer abwechselnd natürlich perfekt mitbenutzen. Und wir hören auch nämlich gerade, viele Kunden greifen hier gerade bis zu fünfmal natürlich auch zu. Es ist ja einfach so. Es macht mega viel Spaß. Und ich würde sagen, ich spiele jetzt auch eine kleine Runde mal. Das ist ein kleines Mitbringsel für alle Kinder. Egal, ob Sie irgendwo eingeladen sind, wo die Gäste oder die Gastgeber eben Kinder haben. Bringen Sie so eine Kleinigkeit mit. Für 3,90 Euro kann man nichts verkehrt machen. Es war meine persönliche Auszeichnung zum Spiel des Jahres 2018. Zum Spielzeug des Jahres. Und bei Ihnen wird es auch dieses Jahr ein Highlight werden. Vor allem zu diesem Preis. 3,90 Euro nur heute im Preisalarm des Tages. Und da müssen Sie jetzt einfach zuschlagen. Maximal fünf Stück pro Besteller dürfen wir zulassen. Und auch Christoph spielt schon kräftig. Die Bestellnummer bin ich Ihnen noch schuldig. Das ist die NX1905 und die 569. Und Sie sehen, es lohnt sich jeden Tag bei uns reinzuschauen. Denn den Preisalarm des Tages gibt es ab sofort jeden Tag, jeden Tag fantastische Produkte. Also anrufen.